Herzlich Willkommen auf dem G-Data Campus zum Tech Day 2022. Super Event. Rundum gelungen. Spannende Vorträge, viele Impulse, die ich auch mitnehme und auch nette Menschen, die ich jetzt hier getroffen habe. Es war so ein schöner Tag, der war so super durchgetaktet, interessant von A bis Z. Die Führung durchs ganze Gebäude. Also ich bin extrem positiv überrascht.